In der Aalräucherei Hoffmann kommen Forellen, Aale und auch andere Fische ordentlich ins Schwitzen. Seit 50 Jahren werden hier am Dümmersee auf Buchenholz Fische schonend im Rauch veredelt. Für die Promenade dürfen wir Restaurantkoch Jürgen Werner über die Schulter schauen. Heute gibt es ein paar ausgefallene Gerichte. Unter anderem zum Beispiel Aal auf Grünkohl-Mango-Paprikasalat. Oder auch Dorsch und Lachs in einer Grünkohl- und Wirsingrolle mit Kartoffelrösti und einer Sauce Hollandaise, die mit Tomatenmark verfeinert wird, genannt Sauce Choron. 2001 trat Mark Hoffmann in das Familienunternehmen ein. Seit 2004 bauen Andrea und Mark Hoffmann das Sortiment stetig aus.